Mein Name ist Maria Doblreuther, bin einer von 27 Ausbildern. Wir sind heute im Fahrtechnik-Training Ludersdorf, um die Kollegen auf Grenzsituationen im Verkehr vorzubereiten. Der Sinn der Ausbildung war es seit 2003, Kollegen und Kolleginnen, die neu bei den Holding anfangen, die vom B auf D scheinen, übertreten, natürlich die Ausbildung zu verstärken und zu verbessern. Wie heißt es? Ich mache heute die Fahrsicherheit-Kontrolle, um meine Fahrweise zu verbessern und falls unterwegs etwas passiert, kann ich richtig Probleme lösen, ohne meine Fahrgäste zu stören. Wir machen heute ein Sicherheitsfahrtraining, dass wir uns nämlich Direktionen sehen können an verschiedenen Situationen und unser Wagen besser kennenlernen können und wie wir eben an das Fahrzeug reagieren. Uns bei der All-In ist es natürlich sehr wichtig, den Kollegen und Kolleginnen die beste mögliche Ausbildung zu gewährleisten. Da gehört ein Teil dieses Trainings natürlich dazu. Sollte euch das Ganze auch interessieren und ihr habt es vielleicht Lust, auch Busfahrer oder Buslenkerin zu werden, gilt auch für den Straßenbahnbereich. Bitte auf unserer Website nachschauen, da sind die Jobsangebote ausgeschrieben. Also in dem Sinn, bewerbt euch, ihr kriegt eine super Ausbildung und vielleicht sehen wir uns demnächst. Alles Gute. Das ist sehr lustig. Gute. Jude. Untertitelung des ZDF, 2020